Ich bin aufgeregt dann, ne? Los geht's! Hier schaut der Neville TV mit dem Ace Aspire One 721. Wir sind in Budapest auf der St. Stephan Basilica oben und da hinten seht ihr das Parlament. Und ja, wir werden ein Außengerät-Einsatz machen hier mit dem Ace Aspire One 721. Wie ihr sehen könnt, das Gerät ist an, aber wir haben die minimale Helligkeit und die Sonne scheint jetzt gerade direkt drauf und man kann gar nichts erkennen. Wenn ich jetzt allerdings die Bildschirmhelligkeit als Maximum hoch jage, ihr seht hier bei einem Textdokument, schwarz-weiß, also kann man noch recht viel erkennen, aber es ist trotzdem glossy und der Hintergrund spiegelt sich ganz schön. Im Schatten allerdings, wenn ich mich jetzt direkt davor stellen würde, dann könnt ihr sehen, es ist schon ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht das Wahre. Also wirklich für den Außen-Einsatz ist das Ace Aspire One 721 nicht geeignet, aber wenn man will, kann man es schon benutzen. Maximale Helligkeit ist die Akkulaufzeit mit WLAN ungefähr drei Stunden, also auch nicht wirklich viel, aber es ist auch ein 11,6-Zoll-Gerät für 400 Euro. Dafür kann es HD-Filme abspielen und ja, für mehr Videos und Tests geht einfach auf endevil.com. Ich bin Balasch Gahl aus Budapest mit dem Ace Aspire One Außen-Einsatz. Vielen Dank fürs Zuschauen.